Wisst ihr eigentlich, wie klasse ihr seid? Und wie klasse ich bin? Oder wie klasse Mama ist? Oder wie klasse Papa ist? Das neue Lied heute heißt Ich bin klasse. Und das können wir mit Bewegung machen. Ich will es euch mal zeigen. Wir singen am Anfang Ich bin klasse. Dann nehmen wir die Daumen und zeigen so, weil wir so super sind und so klasse sind. Danach So wie ich bin. Da meinen wir uns. Ja, ich schaffe das. Dann müsst ihr einmal zeigen, wie stark ihr seid. Ich kriege das hin. Dann dürfen wir klatschen. Dann wieder Ja, das schaffe ich. Wir zeigen, wie stark man ist. Das kriege ich hin. Wir klatschen. Und dann Ich bin klasse. Wieder die Daumen hoch. So wie ich bin. Da brauchen wir einmal einen Ton, damit wir richtig singen. Und dann geht es los. Ich bin klasse. So wie ich bin. Ja, ich schaff das. Ich kriege das hin. Ja, das schaff ich. Das krieg ich hin. Ich bin klasse. So wie ich bin. Macht ihr eine Runde mit mir mit? Ich bin klasse. Ich bin klasse. So wie ich bin. Ja, ich schaff das. Ich kriege das hin. Ja, das schaff ich. Das krieg ich hin. Ich bin klasse. So wie ich bin. Wollen wir noch eine Runde, weil wir so klasse sind? Komm, das schaffen wir. Okay? Daumen sind startklar. Und dann geht es los. Ich bin klasse. So wie ich bin. Ja, ich schaff das. Ich kriege das hin. Ja, das schaff ich. Das krieg ich hin. Ich bin klasse. So wie ich bin.